Freunde des Tölzer Kuriers, seien Sie gegrüßt und noch frohe und gesegnete Ostern von Ivo Brück und mir. Jawohl, ebenfalls. Wir sprechen gerade über das Jahr. Wir haben uns so getroffen, wir schreiben zusammen ein Buch und unterhalten uns auch ein bisschen über den Sommer und wollten Ihnen mitteilen. Wir sind uns da relativ einig, der Sommer 2017 wird gefühlt wesentlich besser als der vergangene. Genau, weil wir dieses Jahr im Hochsommer einfach die besseren Karten haben als im letzten Sommer. Ja, wobei der hinten raus, denn nun wirklich noch sonnig und heiß wurde. Also der Kernsommer 2017 wird um den Juli herum stattfinden. Der Juni schwächelt noch ein bisschen? Ja, ich sehe es so, der Juni hat noch die ein oder andere Kaltphase. Beim Juli ist es so, es muss nicht unbedingt beständig sein. Es kann öfter Schauer und Gewitter geben, aber es wird schon wesentlich wärmer und der August wird zumindest für zwei, drei Wochen dann der richtig schöne Sommer. Aber im Gegensatz zum vergangenen Jahr wird der August am Ende raus dann schwächeln und dem wird die Puste ausgehen. Im letzten Monatsviertel könnte sich anbahnen, dass wir dann auf einen wechselhafteren Frühherbst uns zubewegen. Als im vergangenen Jahr. Froh Ostern nochmal.